team todox todox oder so die ist jetzt nicht was an wie die sauerie mark tedox der kommt wahrscheinlich gleich wieder da ist man nicht also er spielt echt nicht schlecht und wenn er wenn er das krepp wir wissen was wir zu tun haben wir müssen nur gucken die aufgaben verteidigung machen erst mal live auf dieses video t-docs team t-docs ich kann ich doch einmal erst in der ersten runde kommst du machen alles gut vielleicht gleich ab ihr wisst wie ihr angreifen müsst blitz zeig uns die angst jetzt kannst du damit spielen dann gehst du mit thatcher über reichert genau ja mach ich so, dann herzlich willkommen in diesem spiel ich weiß nicht wie es für mich heute ausgeht ich bin jetzt in top stimmung aber locker sah es ganz gut aus handy weggepackt auf einem meter entfernung wir haben ja hier unseren spieler dabei der allen angst macht der hoffentlich gut eingeaimt ist und besser spiel als je zuvor soja soja klitz spieler des todes gefürsteter der ja ich bin es auch nicht vergessen danke die die kamera ist absolut fantastisch panora jetzt willkommen zum stream hashtag team osg sag mal welche wände ich mich heute aufmachen soll vier einzelwand gleicher die haben sich gegenseitig abgeschossen und dann sind wir bis drauf und draußen gehört die haben safe eine valkyrie glaube ich ja die haben eine valkyrie ach so habe ich nicht ja doch die haben eine valkyrie safe call rothball direkt am anfang büroth am hügelstall schnell hoch aha jungs die hier fehlt die kamera noch Ah, ich mach's gleich. Rot. Warte. Biro clear. Arm launch clear. Kann's hochpushen. Ich komm jetzt jetzt schon. Carreter clear. Trommel kann ich nicht sagen. Trommel clear. Mira Fenster Ding. Ella Room. Oh nein, man. Raiden, Raiden. Mira Fenster geht auf. Mega in Restaurant weg. Ella oben. LAA on spot. Mira ist im T-Room. Die haben alles aufgeschossen. LAA. LAA ist im T-Room, zwei Leute. Push mal rein. Jungs, Thermite. Catcher. Ja, Blaze ist schon drin. Ihr müsst rein. Pass auf, die haben das Mira Fenster genauso wie hier. Habe ich aufgemacht. Ja, das in A oder in B. B habe ich aufgemacht und A ist auch auf. Ja, mach mal in. Okay. A ist keiner. Jungs, der kommt ja die Amy zu zweit ab. Hier. Push sie. Valkyrie. Valkyrie. Die setzen zwei. Gleicher. Ist das wahr. Zwei sind on spot in A. Yo, I'm down. Fallway. Valkyrie immer noch on spot in den linken Kasten. Hier ist ein rechter Kasten. Ja, rechter Kasten. Rechter Kasten. Jungs, da hast du steht einfach pushen. Ich bin blitzt. Ja. Oh, ja. Ja, moin. Sonny, das ist... Sonny, was machst du? Ja, sorry, Mann. Was machst du? Wenn du sagst, du pusht ihn, dann plante ich doch. Ich konnte ja nicht wissen, dass du das verkackst mit Blitz. Warum plantest du? Ja, weil ich nicht gedacht hätte, dass du die Weltkrieg verkackst. Das hörst du doch. Ich wurde doch gekallt. Ich würde es einfach nur abhängen müssen. Ja, sorry, dass drei Leute, dass vier Leute an zwei Personen sterben. Ich weiß nicht, wo Turmite und Thatcher waren. Sag mir lieber das mal. Dann bin ich rausgelaufen und dann hat er mich weggeschrailt. Ich war in Geischer. Ja, also, warum hast du denn nicht abgeämt, wenn du in Geischer warst? Weil ich tot war. Ja, wieso? Er war tot, er wurde geholt. Von wo? Er wird von der Valkyrie. Ich wurde von der Valkyrie geholt. Ja, dann war noch mal einer. Thatcher, was mit dem gewesen? Ich habe gerade gesagt, ich bin rausgerommen, dann wurde ich für den Valkyrie gesprayt. Er wurde gesprayt als Singens. Als Damien ihn gepusht hat, hat Valkyrie auf Damien's Sheld gesprayt. Und Thatcher war dann Singens tot und Damien war in Geischer. Ja, kann ich also nicht wissen, wenn's nicht gekocht wird. Dann sagt man nicht, es wurde gekocht, weil es war's nicht. Alter, meine Schüsse connecten mich auf die Scheißkamera. Ja, welche Wände soll ich verstärken, wenn meine verstärkt wurden? Geil. Es bleiben 10 Sekunden. Also, ich sehe hier gerade kein Spiel nach Forschung, glaube ich. Ja, du gehst in Gombelbombe B-Raum. Das musst du nicht wegschieben. Das musst du nicht aufmachen, ey. Warte. Die sind schon vorm Raum, glaube ich. Bei B. Ja, vor Gischer. Ton-Lüftungsschächte. Ah, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich sage, ja, Termit ist jetzt an der rechten Seite. Du siehst ihn aber, glaube ich, oder? Karaoke geht auf. Ich stehe Karaoke auf. Eine Termit-Ladung weg. Hi-Bana push, Hi-Bana push. Ja, ist down. Von wo? Rauch. Oh, Junge, schaut mal euer Hirn ein. Weitest, wenn man laden weg. Ich bin im Restaurant. Ich bin hier rum, ich habe es verstanden. Ja, unten im Ding ins Kitchen. Kitchen oder Barbecue. Ich kann es nicht. Pupp, äh, Finca. Ja, kommt jetzt gleich Restaurant. Blaze, er drohnt bei dir. Ich werde ausgedrohen. Ich werde ausgedrohen. Zwei. Barbecue, wenn die Wand von unten auf. Blaze, du musst, push mal ein bisschen. Barbecue unten. Die Wand von unten auf. Unten ist nichts mehr. Bermond und Patcher sind die letzten. Die waren noch draußen auf dem Balkon. Sind es E-Stars. Hier und Ping meint, der ist E-Stars. Sie ist eng. Wow, fuck. E-Stars. Die ist jetzt hochgepusht, ist im Heuweg schon. Hat mich. Stairs. Einer T-Window. Der letzte outside. Stairs T-Window. Ja. Lappers. 5 Sekunden übrig. Kommt. Der war drauf, Alter. Ich sterb zu schnell. Also jetzt nicht Ding, aber. Ja, klar. Ohne Griff auch. Kann nicht sein, dass wir nach zwei Minuten nur noch zwei Personen sind. Alter, jetzt schaltet mal euer Hirn ein, Alter. Das Movement gerade, Mann. Wir könnten nicht nach einer Minute noch draußen mitten auf dem Hallway stehen, da bei Geisha. Der Sensor ist so auf. Ja. Ihr habt ne Taktik und ihr habt hier zu spielen. Jeder weiß, was zu tun hat. Hey. Lion picken? Hey, heute ist Dienstag. Ja, ist jetzt erlaubt. Ach ja, heute schon ist es im Dienstag schon. Ja. Das gibt's echt nicht. Konspiration jetzt. Wir sind uns klar unterlegen. Das kann einfach nicht auszuprobieren. Und das läuft hier gerade wie im Kindergarten, wie bei Silberspielern. Sagen wir vielleicht tauschen? Lass sich jeder nehmen und nicht los. Du musst einfach, du musst einfach, du musst einfach, du musst einfach, ja, du musst einfach, du musst einfach deine Wände, die du auch mit Gäder machen würdest. Ich mach bei Drachen auf. Hast du gehört? Das ist einfacher, ja. Ja, Drachenstatue. Die machen Ding-Taktik. Ren, komm mit mir hinten, bitte. Ja, ja. Okay, bist ja schon gut. Ich save nur eine Camp, noch. Zehn Sekunden. Ich hab eine Chance nach Camp. Fünf Sekunden. Jetzt will ich mal hier einen ordentlichen Angriff sehen. Kann ja nicht wahr sein. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Wenn du dich erst runtergehst, direkt links. Er ist immer noch da. Er ist direkt links in den... Aber einer an Mira kommt noch. Mira ist hier am Ping. Leiner ist noch innen durch. Bennett ist getroppt. Mira down. Thermal, kannst anlegen. Smoke, Ping. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ping. Kommt einer. Thermal unterstützen. Thermal, du musst die Wand. Hast du auch gemacht. Ja. Einer. Dragon. Dragon. Ey, Junge, Mann. Was ist das? Jungs, mehr Konzentration. Wo nochmal vor? Den Castle. Das Dragon ist auf. Castle, Ping. Ja, Dragon ist auf. Thermal, kannst du Ding aufmachen? A, Wand aufmachen. Bitte. Kerst, der hat Stairs. Wo ist der letzte? Keine Ahnung. Ich wohne. Ich wohne. Ich wohne. Terrasse aus. Und Ding sollte mal zum Raum kommen. Ey, ich dachte, ihr werdet schon drinnen, Mann. Warum seid ihr alle noch draußen? Einer sind Drums. Und einer sind Main-Stairs. Splendet mal. Kann ich nicht. Splendet bei mir. Stairs. Der Typ von Trumps pusht jetzt. Der Typ von Trumps pusht jetzt. Der kommt jetzt, äh, in hallway. Der kommt jetzt, der kommt jetzt wieder hoch. Jetzt noch nicht. Oh, okay. Der kommt nach unten. Der kommt jetzt nicht erst. Der kommt jetzt nicht erst. Hier, am hänges Gasse. Schön. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Habe ich. Ey, Ben, du musst schon hinter mir laufen. Du hast gesagt, Benet ist unten. Ja, er ist mitten, äh, Süd, da ist wieder hochrotiert. Egal, Jungs. Da musst du mir Bescheid sagen, wenn du nicht hinter mir bist. Ich bin die Gasse ausgegangen, du bist hinter mir. Jungs, egal, Runde ist gewonnen. Ich lag schon vorne vor dem Raum. Kommt, Jungs. Angriff war stark. Es wurde ordentlich aufgemacht. Thermite war richtig. Ich hab in letzter Zeit fast keinen Mira gespielt. War okay, war okay. Alles gut. So. Und jetzt, Jungs, will ich einen ordentlichen Angriff sehen. Ben, kannst du unten machen? Äh, ich mach jetzt meine Wände, die ich auch mit Swank mache. Und Blaze macht seine Wände. Die er mit Elan macht. Weshalb? Ja, weil ich weiß nicht, wo ihr unten eure Wände hattet. Ne? Ja, ich bin eh unten. Ich bin eh unten. Falsch. Dann solltest du mir schon sagen, wo da unten die Wände sind. Ja, meine, komm schon. Dann sind wir euch bereit. Äh, ja, ich zeig dir die Wände. Komm mit, komm mit. Haben wir eine Twitch? Denkt dran, Jungs. Ich denke jetzt auf die Taktik auch einen. So. Eine hier. Und die letzte Outside in Kitchen. Also da halt. Ja. Die Wand ist verstärkt. 10 Sekunden. Es bleibt. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ey, wo rotierst du jetzt? Du rotierst jetzt? Ich bleib unten. Die seien sie schon hoch? Oder, ja, du bist da unten. Dann geh ich nach unten raus. Ja, ich kann nach unten gehen. Danke. Ich denke mal, die werden auf B Push gehen. Drachen, Statue, Thatcher. Wo spielst du mit Smoke? Push gegebenenfalls über Büro. Ich wurde ausgedreht, nicht in den T-Woom. Ich wurde ausgedreht, nicht in den T-Woom. In A, T-Zimmer, hinter mir. Ich wurde ausgedreht. Ich muss raus. Du musst zwei rausfahren. Äh, Terrasse? Ich komm nicht mehr zu mir raus. Ich werde gleich... Balkoneingang. Es, Chomps. Es. Runter gedroppt, das Rang. 2 Leute, Büro. Wow, fuck. 19 live. Ich werde gepusht bei Karaoke. Terrasse. Bei mir vor dem T-Zimmerfenster ist einer. Ja, Balkoneingang. Terrasseneingang. Ja, immer noch. Hab ich gecaught. Finca? Da ist nicht nur einer. Da ist noch mal wer. Da ist noch der Ersch, glaub ich. Der Ersch ist down. Der Ersch ist down. Glaub ich. Wenn der da ist. Äh, wenn der Ersch ist. Finca ist im Leben. Ersch, Chomps. Ey, wie viel Stuck die, man? Oben drauf. Unter Half-Life. Drohne kommt rein. Ja, ich immer noch kann. Ist rechts in der Ecke. Ping, ping. Smoke. Da ist in der Ecke. Donny. Ich weiß, was ist. Ich hab's drin sehen. Puscht zurück. Kann keiner unterstützen? Ist jetzt direkt rechts, ne? Ja, wäre cool, wenn mich einer unterstützt. Trump ist die. Die haben geplanted. Was? Jungs, Alter. Wenn mich keiner unterstützt. Jungs, Alter. Wenn mich keiner unterstützt. Drei Leute stehen vor Trumps und keiner unterstützt. Ich hab's dir die ganze Zeit verbunden, was ist? Du hast ja nicht mitgepusht, du warst die ganze Zeit im Büro. Ich, ich konnte ja nicht. Zwei Leute haben mich abgehämmt. Von Terrasse. Wie soll ich denn noch öfters kommen? Einer war kurze Zeit sogar Büros Stairs. Ich hatte keine Ausweichmöglichkeit. Die haben mich dreimal versucht zu blenden. Was soll ich denn noch machen? auch so sehr auf mich aufmerksam zu machen 3 1 hinten obwohl sie so schlecht spielen auch wenn es jetzt dumm anhört aber obwohl wir spielen ja nicht mal schlecht wir spielen einfach nur extrem scheiße gleich mehr konzentration das geht so nicht du musst länger durchhalten wenn das modell muss einer der letzten operator sein die stehen war eine der letzten letzten heißt der letzte oder der vorletzte zu sein es nur konnte nix dafür hat man hat auch trams ja die können von da aus nichts mehr hatten waren wir haben es auch müssen nicht erst so wer hat denn trams gepiekt keine ahnung und einer ist wieder gestorben keine ahnung wer die können doch als eine könnte auch gar nichts pushen von trams sie können nichts pushen von trams ist halt das wir haben das ich habe geradeaus zurückgeholt auf geischer geht jetzt auch Ich weiß nicht, ob ich aufbekommen habe. Wir können aber durch, Smoke amt immer noch ab, der amt genau drauf. Ey, Jungen, zwei sind unten, Jäger ist unten, Jäger und den Kitschen, Elah ist alleine oben. Elah ist in A, in T-Room. Jetzt auf geht's, pushen Jungs, Catcher zum Plant gehen, ist in A. Schön, Damon, krasse gemacht. Ich hab so Timelagg, Mann. Ja, die war voll Flash. Und ein Miro auf einmal kommt Jäger durch Kitchendropper. Kann mal jemand anderes Miro spielen? Ich komm mit dem Off-Rater nicht klar. Ja, spielen. Warte mal, hab ich die Miro überhaupt? Ja, hab ich. Wem muss ich dann spielen? Banded, oder? Ne. Ich weiß nicht, ob wir Büro erst spielen sollen. Ja, lass Büro. Ich mit erstmal Büro. Soll ich picken? Ähm, mir war das Zimmer. Jäger, pick Jäger. Nimm die Ball Jäger mit, ja. Und unter die Fenster einfach die Jägersystem. Ja. Mir war noch Eistierewände, ich weiß meine Wände auch. Unter die drei Fenster da, ne? Und da oben sind die Bände stocken. Ja. So. Pass auf, die Gärten, Fenster, äh, Dragness und so aufmachen, ne? Also, dass ihr da drauf achtet. Wo muss ich die Wände setzen? Hier Jäger, die. Die hier. So. Und hinten die Outside-Außenwand. Ja. 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 Ich werde hier Karaoke-T-Zimmer spielen. Du musst alles alleine aufschießen, ne? Ich hab jetzt... Ja. Hab die Twitch-Tronne. Weg da, Alter Jungs, komm weg da. 5 Sekunden. Ich komm jetzt noch aufs Frühstück hier, ne? Ich geh... Geil schauen so. Oder, keine Ahnung, die Trommel an. hört sich hier auf den Garten. Was'suzru! Kein, bald, nicht da, ich laélé. Då passt es so! Ja, chill. Hey, nein! Oh, km. Da ist zwei hier! Mach... Mach... Oh, mein God! Damon... Was ist das? Ja, denke! Ich hab noch nie Mira gespielt. Ja, das Mira-Fetzer ist auch unnötig, das ist auch gut. Habt ihr jetzt da nicht hin gemacht! Hast du mich dahin gemacht, wo's... nein ich hab vergessen wo es weiter war dann frag doch immer noch fragen ich dachte es wäre da wo Ben steht falsch gedacht ja und zu langsorten gewandert egal das kann dann immerhin von Tom's nicht aufgemacht werden musst du halt ein bisschen schienen die Terrasse und unten die Terrasse ist aufgemacht einer steht draußen vor der Dreierwand ich höre selbst bei T-Room bist du da Stony? ja äh unter T-Room ich denk mal Kettchen 10 wird aufgemacht smoke da grad mal Stony ja krieg die ehm hier waren das One-Shot alles klar ja ich werd so komisch gewohlt ja von äh hier Tres-Tresor da der Raum schweifen Tres-Tresor da ja da rum spielen sie diese Finca Mann ich hasse diesen Operator ich bin nicht ausgedrohnt bin in den pixel peak und er gibt mir einen one tap hab ich gesehen da hab ich auch gedroht ich war ich war in den pixel also ich wurde ja nicht ausgedroht ich hab extra darauf gebracht ja das war in der ecke wo man so lange nicht markiert kannst du immer ausgedroht werden auch wenn du es nicht bemerkst dann kannst ja von unten also von büro nach unten zum restaurant da dieser hallway da war ich und da ist keine drohne hingefahren er ist den schlafbereich unten reingegangen instinkt vielleicht kennt auch den spot ja wenn du bist nicht der einzige der den kennt ich war ja nicht nur eine map oder ich bin zweimal aber es ist peinlich wenn wir die nicht mehr verlieren aber ultra feinlich es gibt Niederfenster zu Trumps ist offen Find ich mal bitte Restauranthaus drinnen Zu einem von den Termite-Hertschirm-Fragen Da Ega, unten Haben die Bandit Valkyrie hat keinen C4 mehr Wo ist sie? Bums Ist jetzt unten im Restaurant Ab und C4 Ega, kann ich auch was anderes außer C4 nach mir werfen, Mann Scheißfixern Ega ist hier auf dem C4-Hertschirm Bände steht immer nur davor Oh Mann Warum hat sie keiner gepusht unten? Bände sind schon markiert Ping Schieß mal Es ist live ping, push ihn doch Ben Der aint überhaupt nicht zu dir Der aint überhaupt nicht zu dir Jetzt aint er zu dir Auf zu schießen Push mich Er kommt zur Kitchen, Ben Ja Muss ich aufmachen? Jungs, ich will sich bei mir in der Lage sehen, so Ne, wow Das ist doch lächerlich Das ist doch lächerlich, ist fuck Alter Wie hat es... Geicher ist nicht offen Hier ist Mühe vor Schauen wir den Frieden, wenn ihr da weiter seid Dann rotiert euch um Geht woanders hin Probiert was anderes aus Mach ich jetzt auch Ich muss den lang schleichen, Alter Hey Ich seh sie nicht Geicher Ja, hä? Wir einer Geicher zwei sind Und ein anderer ist T-Room Und ein anderer ist Bitte push dich um Ey, was musst du... Ey, ihr solltet ihr euren eigenen Teammate ausschalten Oh, hallo Nils Boaa, was... Hä, habe ich den gehittet, oder was? Es geht ums Prinzip, Mann Er wird mich a... Äh, Büros hinten ist der Kirby Äh, wir müssen mal ausfahren Ich hab keine Drohne Ich hab auch keine mehr Dann müsst ihr pushen Der andere bleibt euch nicht übrig Der Jungs, der hat kein Defuse Hier von wo? Oh Gott, ja Der letzte, der ist safe Ah, Junge, ey Wer hat denn die Füße gehabt? So fein Ja, wer, ich hatte ihn Ich bin ja gefallen, du hast den Jäger markiert Ich stand es zwei, eine Minute unten und hast ihn nicht gepusht Ich war nur noch mit unten drin Du standest doch da an der Tür, ich hab dich doch in der Kamera gesehen Nachdem ich tot war Was war nachdem du gestorben bist? Dann sag's doch Du sagst, wir sollen dir den Jäger Wenn du sagst, wir sollen dir den Jäger markieren, dann gehe ich davon aus, dass du ihn pushen willst Unten Weil dafür ist dein Operator da Ich hab zwar gesagt, dass Jäger on ping ist und ich schätze, dass ihr ihn markieren sollt Weil die Schuhen Trumps drin war Ja Ich bin dann nämlich da lang gegangen, weil ich, äh, die, äh, welke wie hinterher schießen wollte Weil sie ja abgehauen ist und richtig stark war Und dann zack, ne? Moin Ja, jetzt ohne nix gegen euch, aber wir haben so scheiße drauf gespielt Das ist, das ist normalerweise für, bei uns, gegen die Gegner, die wir sonst spielen, wäre das ein 5-0 Ja, das Problem ist, was ich meine Klar, wir haben jetzt hier einen, wir haben jetzt hier einen aus dem Beta-Trupp, ist ein Gold-Silber-Spieler Wir haben einer, der hat die Taktik einmal gespielt, der sonst auch nicht spielt, der heute Miro spielen musste, weil unsere Miro nicht da war Unsere Ella war nicht da, was würdest du dann erwarten? Nix, Alter Bei uns auch, wir können eigentlich Wolkenkratzer Null, weißt du, ich meine, wir, keine Ahnung, wir, wir haben bis jetzt immer TV's gespielt, auch Wolkenkratzer Und wir haben eigentlich immer verloren, ne? Ja, so wie, so wie ihr gegen uns gespielt habt, ist normalerweise bei einem richtigen Trupp ein 5-0 Win, äh, nix gegen euch, aber wir hatten letztens gegen die Spieler gespielt, da haben wir auch 5-0 auf Wolkenkratzer stehen lassen Und dann, und dann tue ich ja zweimal andere Leute spielen lassen, weil, zwei nicht können, und dann geht das so aus Das ist peinlich einfach nur Und alle wissen die Taktik, dass die einfach Ihr müsst, ihr müsst nicht grenzen, ne? Ihr müsst, äh Äh, ja, ja, ich wechseln Okay, gut, okay Ja, ne, nicht, dass, dass da gestartet wird, deswegen Ne, ne Ich war einfach nur reudig vom Team Das darf einfach nicht passieren Auch wenn, auch wenn es nur Ersatzspieler sind, oder, 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 Spieler sind, die in, in einem schlechteren Trupp spielen Das hat nichts zu tun, die keine alle die Taktik, die wissen, wie sie spielen müssen Ähm, sobald die Taktik nicht aufgeht, wisst ihr halt nicht, was sie machen sollen, ne? Das ist das Problem Wen, wen, wen hab ich da gedropshotet, Alter, wo ich Tetsche war, alleine hier gegen den... Das ist da, Xayah, Banded Sammy, 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 wir können das gerne nach dem CW alles bequatschen, ne? Aber bei uns und sagen, Leute, die müssen da eventuell... Ja... So, ich warte nur, bis ihr eure Häkchen reinmacht, ne? Let's go Na gut GG Alles, seite, seid ihr ready? Ja, Damon, bist du da? Dennis Ja Kann das sein, dass ihr irgendwie jede Taktik umgeändert habt? Nein So, wenn es ja nicht richtig ausgeführt wird Nein, ich mein jetzt, äh... Office und, ähm, Dings, mir fällt den Namen nie ein Der andere Raum, da hab ich da sonst immer Castle gespielt Nein Doch Ach so, ja, das haben wir geändert Mit Castle Aber das haben wir direkt auch ganz am Anfang gemacht Hey, man Mich kotze halt an, ne? Auch wenn, ich sag jetzt mal, nix wegen dich nicht, dass du jetzt das erste Mal dabei warst Das ist keine Ursache oder so, ne? Aber auch Blaze Egal, ob du im schlechteren Trupp bist oder nicht Ihr wisst die Taktik und wenn sie halt nicht aufgeht, dann muss man improvisieren Und das ist das, was bei den meisten Spielern einfach grad noch im Trupp fehlt Die Improvikation Die Ben hat, die Damon und ich sind, klar, wir sind die erfangensten Spieler, würde ich jetzt fast mal behaupten Wir haben schon DSBL gespielt und ESL Wir haben schon Erfahrung Aber man merkt, sobald, okay, es geht was nicht auf, muss man umritieren Äh, Damon pusht Ella, dass ich dann nicht da ihm hinterher renne, sondern außen rum rennen, ist ja auch klar Das sind alles solche kleinen Sachen, die sehr wichtig sind, die ihr lernen müsst Was man merkt, was derzeitig noch fehlt Damon, bist du da? Das wichtigste, das wichtigste in dem Spiel ist, dass man die Ruhe bewahrt Und auch wenn die Taktik nicht funktioniert, sich einfach eine ausmalt Du musst, du musst da schlauer denken als dein Gegner Ja, ich kann nicht richtig verschieben, ist das Ding Und das ist das Problem Ja, aber mir wurde einfach ein Operator gegeben, wo ich überhaupt nicht damit auskann Ich kann es morgen nicht mehr zu spielen Äh, dann sag doch, was du spielen kannst Wo spielen wir denn? Wo spielen wir denn? Was spielen wir denn? Was spielen wir denn? Mira, wenn wir... Was brauchen wir? Sim, Blaze, Lukas, wenn du nichts sagst, dann wissen wir es dann nicht Ja, chill, chill Jetzt Ja, okay Was brauchen wir noch? Kannst du das Mira-Fenster platzieren, unten auf jeden Fall eins oder... Damon, kannst du das Smoke nehmen? Dann nimm du Bandit, Blaze Aber nicht mehr oben das Mira-Fenster, wenn wir dem Zeit rausspielen, das machen wir nicht mehr Okay Ich geh halt trotzdem, äh, Küche, ne Äh, kann mir vielleicht oben... Gerade die Standard-Fenster, ne? Und das hinten zur Big Tower einer Hocke, bitte Ja, aber dann auch unten platziert, ohne... Ruhe Enforcement Äh, nein, mit Okay Dann mach ich dann weiter mit Wenn man dann in die Hocke platziert, sieht man die Stairs besser Die Bomben Auch wenn es nicht unsere Map ist, zeigt es mal einen ordentlichen Angriff hier, unten der Verteidigung Das kann nicht sein Es war ja... Soll ich mal ne Wände setzen? Und Wände... Hier Wir kriegen ein Team, aber es war ja grad grad absolut Diplomation, ne? Entsprechend Plan Ich hab zwei Kameras zerstört Eine ist irgendwo in A Wichtig ist, macht die Kameras kaputt Weil nur wenn die Kameras kaputt sind, sind sie blind Ich werd aber auf jeden Fall nochmal ein Rematch Ich werd auf jeden Fall nochmal ein Rematch organisieren mit nem Haupttrupp bei so ne Niederlage auf, äh, den kann ich nicht sitzen lassen, das ist absolut peinlich Kann ich ehrlich sagen Darf nicht passieren Also nicht bei so nem Spiel Soll ich geh zu den Duschen und dusche mal ne Runde Erstmal den Dreck hab ich schon Wo spiel ich als Mira jetzt schon in nem Kleinschild, ne? Ich spiel's Bombe B Ja, bleib da hinten, wo du bist A ist offen Also, ähm Lobby, Kür ist offen Ohne, komm mal rein Könnt die nicht sitzen Ich wär im Ben Theke, Alter, er hat ein ganzes Magazin geschluckt Einer ist da noch? Gibaner ist da noch? Ja, mit der Finke oder so Ich hab meine Bombe gefunden Wann ich kann es nicht sein? Ist ne Drohne Ja, wo ist die Drohne? Die ist sie Du hast aufgemacht, ne? Komm wieder rein Ja, weiß ich Die gehen auf Stairs, glaub ich Die starten, glaub ich, ein B-Angriff Weil A ist Dropper und ich auch noch nicht Hier ist er mal unten im Keller Wand geht auf Zur Tunnel Oben Schlafsäle ist, glaub ich, einer Die gehen rein Tunnel gehen die jetzt rein Sind schon im Vorraum, haben mich ausgedrohnt Ohne Hinterbühne Ben, verschieb dich mal Nach hinter Stairs Ich glaub, die greifen B an Versuch das erstmal zu halten Einer kommt, glaub ich, über Garage, Donny Ja, Turmite ist hier noch drin im Raum Turmite ist noch drin Einen hab ich Schön Turmite ist da noch drin Letzter ist hier drin Im Raum Ja, wir rotieren, wir rotieren zurück Wir rotieren zurück Wo ist der? Der müsste da drin sind Wo ist der? Der müsste da drin sind Der jungen Schießer ist nicht alle wie geil Danke, Alter Alle rennen rein, Alter Und er rennt einfach nur wirklich Ja So muss das aussehen, Jungs Sehr schön gemacht Die waren die Kurs dieses Mal Die waren viel besser Die waren kurz, präzise und dennoch sehr genau So muss das aussehen Jungs, wir greifen von kleinen Tower an Blitz pusht vor Wir versuchen ein A-Plant zu machen hinter der Waschmaschine Versucht, äh, Versammlungshalle einzunehmen Und das zu halten Damit keiner mehr von großer Tower kommen kann Und dass ihr den Überblick zu den Stairs habt Hör mal das nächste Mal, Claimor Ja, okay Droht die Duschen Droht die Versammlungshalle Droht die Kitschen Droht die Kitschen Droht die Kitschen Unten Mit Ella Haben wir Ella Wer steht denn heutzutage noch Mir Noch Ela nach dem Patch Einer geht Nies to do Mit einer Cam nach oben fahren Schlafzimmer Geradeaus Warte, wenn du da eine hast Mach ich eine in den Kitschen Und dann sagen Ja, jeder Eifer am Anfang der Runde rein Und fahr direkt mal hoch in Schlafsäle, bitte Ja, nächster Prin Das kann der gleich nochmal machen So Dann, äh, Ben Du push oben Oder nee, Ben Du musst Drophaufen Ähm Sonst hab ich gesagt Push du oben Schlafzimmer mit rein Mach ich mit, ja Ähm Damon White Stairs Äh, Ben oben Kitschen So, desillation Oben Kitsch Oben frei Also in Schlafbereit Ja, Ella kommt jetzt hier On pink Hat meine Cam Good Dosen sind clear Eine nochmal oben austrohen Jungs Einer oben austrohen Ja, warte, ich mach's Kitschm clear Small dorms frei alles unten ist jetzt hier frei ist auch frei die ist geblendet nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht offen ich wiederholen alles clear wir versuchen jetzt nur abend durch die versammlungshalle aus sie war unten war clear ja ist gerade rumgepust wahrscheinlich ist gerade gecallt dass versammlung ist ja ich habe gesagt unten war clear vielleicht war der auch oben er ist in der hocke und rennt jetzt weg zu spät sehr so er ist hochgerannt er ist big tower oben geh mal nach oben schlafbereit und nach oben auf zu dachboden er ist oben in der hallway er ist dahinter wichtig wird staunen nicht mal er lassen bräuchte er lasbieter oben ich habe keine 40 mehr kann ich nur so da irgendwas passiert ja jetzt auf die plant okay ich gebe dann bin ich zwei mal du hast ihn noch drunter gerannt ist jetzt geht doch nicht hier links in der ecke der plant hier direkt doch nicht dann doch nicht schnell schnell jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr da liegt ein c4 das ist zerstörst du es jungs ihr müsst auf top ab ey verdammt nochmal warum ähmt ihr da keine ab mann ihr wisst doch wie man plantet meine güte er ist mitten durch die waschküche gelaufen mann nicht euer ernst leute nicht euer ernst meine ich und date mann wir sagen auch noch wir wollen planten und keiner unterstützt sie sind da mitten an der waschmaschine gelang gelaufen mann und hier endlich nicht mal ab ja ich habe oben abgeämt wie es mir gesagt wurde ja aber hat er nicht verbracht anscheinend nach oben am top herr war noch einer meine güte ihr müsst nicht das mir fenster ab das ist so unnötig da wenn er da hinten steht er kann nichts machen da da werdet ihr weg geholt ihr sollt ja nichts aus mir auf ein wir sollt einfach darauf hin aiben dass die nicht zu uns laufen dass wir den plant durch machen können die mürer konnte einfach ganz gemütlich ihr c4 zu mir werfen und mich wegholen sonst wäre der plant durch gewesen hält sich da jemand drauf geachtet ich habe es ausgedroht gehabt es war auch wirklich frei aber wenn er ich habe gesagt versammlungszahler unten frei extra weil ich nicht wusste ich kann mir das wird nicht den dachboden aus drohen und der war wahrscheinlich oben im dachboden ist runter gedroppt da kann ich nichts machen deswegen habe ich gesagt auch in der drohenphase das muss noch mal nachgedroht werden das kann ich nicht aus drohen ich bin hier ich bin hier ich bin hier die werden mich von hier pushen wollen ja ja warte ich gehe hier die dinge jetzt drohen master bedroom auskommen die haben dich nicht ausgedroht die sind immer noch darauf fixiert auf mich jetzt kommt die kamera zu dir hab sie hat die kamera hatte ich nicht gefunden die poste mich gleich durch den hallway es ist hier im hallway jungs weit kleiner tower ja zweier wand ging auf ich drinnen ich drinnen er ist hier gegen hier auch drinnen für mich ist noch mal für den schön zieh dich zurück ne und die deppländen beide schlafzimmer nur noch ein gegner übrig ja bei der seiner der führs bin ich hinten durchgekommen Jungs, das müsst ihr im Auge behalten, das müsst ihr doch hören, dass da aufgeht. Aber Ben, geil gemacht. Ich hab versucht, dass wir dich nicht drohen können. Das hab ich auch geschafft. Das war gut. War gut. Konnten dich nicht austrohen und wussten nicht, dass du da bist. Und dann konntest du den Push verhindern. Haben wir die Push da gut weggeräumt. Das ist gut. Nimm was du so spielen kannst. Die ist jetzt auch oben. Ich würde sogar Big Tower mit angreifen. Ja, Damon, komm, dann greifen wir Big Tower an. Big Tower, einnehmen, Dachboden einnehmen, durchpushen, nehmt noch ne Hibana oder ein Termite mit, der euch zu nur die Wand aufmachen kann, falls da zu sein sollte. Ja, ich ne geh immer mit. Also, Termite, komm du mit Big Tower, und Hibana geht mit Dorni mit. Hibana, wir machen, wir gehen auf dieses Vordach, da wo auch, und gehen dann in dieses Schlafzimmer rein, wo auch, äh, der Termite, äh, wo auch die Hibana aufgemacht hat, ne, du weißt, was ich mein. Was Lobby, dieses Vordach in der Lobby. Ich helfe deine, äh, Nils, helfe deine Camp-Versammungshalle. So, äh, Hibana, spawn mal mit mir um, auf Straße. 10 Sekunden. Schnell. Und Blitz auch ums Spawn. So, äh, genau. Nein, Blitz brauchen wir. Ja, ja, ich sag ja, der, der musste ja zu dir spawnen. Der war grad noch nicht drin. So, aufpassen wegen Spawn-Fabs, ne, und nicht von meinem Visierer raus, danke. Wo ist denn meine Drohne? So, mein Geduld ist hier an die Tür. Ja, durch den kleinen Schlüssel. So, wir gehen hier hoch. Okay, da ist Bandit, ich muss Bandit wegkriegen. Ich mach Versammlungsaliment. Äh, ja, okay, wie gedacht ist das zu. Jawoll, Banditider sind weg. Aber ich weiß nicht, ob's frei ist. Ich hab noch eine Drohne. Äh, du kannst hier aufmachen. Ella im Hallway, ja. Da endet nur Ella ab. Oh, das war nicht zu. Ja, hier, komm. Hau auf, damit. Bombe gefunden. Okay. Mach mal hinten eine Claymore. Mach mal hinten eine Claymore, bitte. Warte, wir greifen gleichzeitig an, wenn die das auf... Ihr müsst das aufmachen, Jungs. Dachboden, dann können wir angreifen. Immer sprengen zuerst. Vorsichtig, die Wanderer, du musst überleben, du musst überleben. Einer ist in der Versammlungshalle, Jungs. Ja, Ella. Jäger, Jäger. Die waren nachauf. Drei Stück. Der ähmt die Sterse. Der ähmt die Leder auch. Ja, ja. Ist der immer noch da? Ne, da ist irgendwo anders. Glaub, da kommt die Sterse hoch. Mein Sterse. Links. 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 Ist aufgesungen. Ist sie weg? Ich tohn kurz aus. Die Banner kommen hier rein. Ach, Dega, Alter. Was geht ihr, Roman, wenn die hier Blitz haben, Mann? Hier ist. Du, Ella, stopp, stopp. Wo ist denn die durch? Mann. Blitz. Die Banner kommt schnell rein. Komm her, heimlich. Warte, warte. Daemon, wo ist die Ela hin? Und Plante, 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 Plante. Hier, Plante hier. Hä, wie ist der denn denn? Der ist ein Master drin, Leute. Hab ihn sehr schön gemacht, die Banner. Wie ist der denn ein Master? Alles gut, der Plan ging durch. Es war nur der Plan. Hat die Ela, Daemon geholt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nur, dass, äh, Mainstairs runter ist. Vorher. Deswegen hab ich gesagt Mainstairs. Also ich wusste nicht, kann auch sein, dass der Ding drin war. War die ein Ding drinne? Ähm. Hier. Ähm. Armory. War die da drinne? Daemon. Smoke. Perfekt. Gotten. Themen, von wo hat die dich geholt? Ich war ja mit hier unten. Also die Versammlungsalermatsee ja nicht. Ich wusste eigentlich nicht, wo sie war. Keine Ahnung. Also sie war vorher, war sie noch vor Ding. Ne? Hallway oben. Armory. Und deswegen hab ich gesagt, ihr sollt die Wand aufmachen, damit sie da weg ist. Dann war sie auch weg. Aber ich wusste nicht mehr, wo sie war. Hab zwei Kameras. der boden wurde befestigt drei kameras magazin wechsel ok weiter so war gut war gut alles gut alles gut alles gut jungs alles gut läuft besser konzentriert was wir machen das ding ja glaube ich auch baustelle hat ja war das die der schlechte rand ist meine meinung ja ich würde schon Klam kommt zu mir. Ja. Was machst du weg? Dann schießt er auf. Die Gegner hat meine Morte lokalisiert. Die ist auf Stairs. Hat Hit Stairs? Nächste Muster, nicht schön. Ich hab sie. Die sitzt auf den Stairs fest. Nein, ist ja up-aimt. Die ist auf den Stairs noch. Wer da? Hier. Ich kann das da up-aimt. Main Stairs. Stand da, um abzuhauen. Ich hab da was gesehen bei den Stairs. Bei den Stairs ist einer. Der kommt nicht weg. Ich hab aim-up. Main Stairs steht da. Bei den... North Stairs. Mein Banditsystem ist weg. Ist die da immer noch? Ja, immer noch. Immer noch. Aim zu mir, aim zu mir. Aim immer noch zu mir. Aim zu mir. Sie schießt auf mich. Nicht... Nicht peeken dann. Wir müssen hier auf Planet gehen. Komm lieber hier hin zu mir, damit ich stecken kann, falls sie mich pushen wollen. Haben mich. Versammlungshalle. Ash Half-Life. Einer Stairs. Bennett, geh... Es muss einer hier an das Schild gehen, falls sie mich pushen wollen. Bennett, geh du dann. Okay. Wo hin? An das Schild. Hier ist er nicht. Okay, Dropper ist bei mir aufgegangen. Hier. Hinten. Hinten. Kommt. Hier wird der Link ins. Pinker. Jungs, sie wollen planten. Einer ist gelaufen. Pinker kommt hinten, Jungs. Dass ihr nicht seid wird. Planten. Planten pushen. Mit der vier links. Ja, holt mich von oben weg. Sorry. Ja, ihr könnt es machen. Ja, ihr könnt es machen. Könnt es machen. Ja. Ah, sie haben nicht geplant. Ja. Sie haben nicht geplant. Doch, der Thermard wollte planten. Ja, Finkers und... Ey, wie kann... Ich hab das noch nicht gecheckt. Auf einmal kam da zwei bei mir, Mann. Ja, aber... Guck mal, warum? Warum pushst du die Stairs hoch? Wer? Ben, mit der Ela. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ela gestorben ist, aber... Ja, Finkers und Stream. Und... Ja, ich wurde von zwei Leuten gepusht. Das Problem war... Ja, warum gehen die Stairs hoch? Es ist unnötig. Die müssen zu uns kommen, nicht wir zu denen. Das... Das Problem war einfach, dass als ich... Als... Die ganze Zeit... Ihr hättet... Ihr hättet die Main Stairs längst clearen können. Ganz einfach. Finde ich meiner Meinung nach. Hätte man das einfach clearen können. Die war... Ich hab die dort... Äh... Ich hab die dort festgesetzt. Die Kommand... Die kam nicht weg. Hat auf mich dauerhaft geprefiert. Und musste nachladen. Dann hätte... Hätte sie dann euch gepusht. Hätte... Oder hättet ihr sie gepusht. Äh... Es ist einfach nur ein Trainings-CW. Ihr wollt alle immer dir, dir, dir werden, aber dann müsst ihr auch mal so spielen. Mal euer Köpfchen oben einschalten. Sintram, wir sind Leute, wir spielen Seven Defensiver. Der Name sagt... Äh... Oh, da ist die Tür. Achtung! Eure Drohne... Intelligent rotieren. Es bringt nichts, wenn zwei Leute Big Tower sind, wenn man da hochrotiert. Es ist unnötig. Es gibt ja keine mehr. Die kamen aus Versammlungsalarm. Die haben nicht ein. Warum rotierst du denn generell hoch? Platzier deine scheiß Elamin und geh zurück zum Raum. Und guck, dass wir nicht blenden können. Wie gesagt, ich finde einer hätte einfach ähm... Main Stairs pushen sollen. Hast du den Spauper drauf? Ich weiß aber, die der Push der Dropper war auch. Da war aber keiner am Dropper zu dem Zeitpunkt. Da schaltet mal euer Köpfchen an und steht mal intelligent, Alter. Ich sag, sie bringt jetzt nochmal einen Arb-Fans. Ich mach hier schon den halben... Einer Jägers ist an dem Sterf. Ja. Puscht ihn mal. Ist deinem Pferd immer noch. Warte, ich droh'n oben. Master Bedrooms ist frei. So, irgendwann Versammlungsfalle. Na, Ela-Falle war hier bei mir. Ist auch nix drin. Äh, Ela ist ähm... Ela sind Kits. Schön. Sehr schön. Jäger, wie konnte ich die mich denn schon wieder anhäcken? So low, man. Der Jäger. An den Stairs war der. Ist grad runtergerannt. Hab ihn. Jäger ist weg, Dropper aufmachen. Dankeschön. Mach ich. Einer aimt jetzt den scheiß Dropper hier ab. Und Main 05. Das war so, dass ich gleich standen kann. Und nicht zu mir Fenster aim. Einfach nur so den Gang up aim. Mira oben. Dachboden. Jungs, mitten im Hallway. Head up doch mal. Ja, ich mach Dachboden auf. Kraft ist immer noch nicht. Ihr könnt ihr da die Füße abschießen, Mann. Wo ist sie? Mitten im Hallway, Alter. Der Atemotation Hall. Der Big Tower. Hab ich. Oh, ich hab den Diffuser. Warum hab ich den Diffuser? Ja, komm. Drop ihn. Ich aim hier ab. Auf die Waschmaschine, Digga. Auf die Waschmaschine. Durchziehen. Ja, warte ich. Die sind weiter drin. Die sind weiter, BB. Planter, Planter, Planter. Ich aim dieses Ding hier ab. Smoke, Smoke. Ja, ich hab einen HP, ne? Ah, ich bin down. Ist der auf deinem Ruin? Er kommt schon wieder mitten durch den Hallway, Mann. Der hat minimal Leben. Spann einen da ab. Warum schießt du? Was? Im Hallway. Im Hallway. Ein HP. Ja, Moin. Ist der jetzt rechts durch die Rotation? Glaub ich. Er ist hinter Mira. Jetzt durch die Rotation. Geht doch. Alter, keine Ahnung, wie ich die Mira grad... Die war da oben im Ding, ne? Wer hat gesagt, wer war im Ding? Ja, Dachboden. Alter, ich hab da nur so... Ich hab da irgendwas bewegen sehen. Oder ich glaube, ich hab was bewegen sehen, gell? Hab einfach nach hinten durchgeprüft hat Headshot. Keine Ahnung wie. Nee, die fangen so ab mit dem Dachboden da, ne? Ich bin eigentlich gestorben. Ich hab nur voll in den Kopf geknallt. Egal, Jungs, komm. Konzentrationen jetzt. Wir machen das Ding jetzt noch. Auf geht's, komm. Let's go. Lass's hochgehen. Oh, mit viel einfacher. Können wir machen. Das hochgehen. Äh, Bandit, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Jaja, genau. Äh, genau. Passt du. Äh, genau. Scheiße. Ich hab mal nur Zweck. Bandit, bleib du hinter den Betten. Da, wo der Termite das mal aufgemacht hat, platziert auf Bandit. Falls der da aufmacht, dass du uns das Calls schnellst möglich, ne? Gell. Gibt's noch ne dritte Map, oder nur die zwei? Ähm, ich frag dann mal, ob der, wenn es unentschieden wird, noch ne dritte spielen wollen. Also normalerweise war best... Ja, ich kann nach der Welt nicht mehr spielen. Dann, äh, können wir Jahn dazu holen. Eventuell. Der will doch nicht. Ich glaub der ist gar nicht online. Äh. Ich geh dann auch offline. Ich hab morgen Klaus, ne? Wo ich dir... Sag doch. Sag doch mal. Ich hab extra best of three gesucht. Gino, bra, Gino, viel Glück, dankeschön. 4-2 für uns derzeit auf der Map. Ähm, sollten wir das Ding hier gewinnen, ist ein Unentschieden. Müssen wir leider danach auch, wir enden. Dann, 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 tschüss. ich hab dieses mal ganz mitgenommen sagt bitte wenn sich jemand seilt ich hab vier leute gespottet die haben viele sagt wo sind die steh ich mich mal so richtig wendy hin so ein schönes like wenn wir das mädchen gewinnen da lassen würde ich mich sehr freuen jungs ja wir gleich schon kids rein füßen wahrscheinlich die waren noch sehr wichtig die sind jetzt auf mich bei kids glaube ich bei kids da vor main door steht vor main fenster steht es sagt wenn sich wer kennt seid ja ja du schiebst schon rein digger ich hab's nicht gehört schön schön hier ist einer in der ecke hier in dem raum drin da war keiner er steht draußen vor dem hauptschirm wo ist sie lass sie da stehen hier ist der diffuser ja sie müssen kommen komm jungs wir machen jetzt hier eine runde ohne zu sterben benzi ist zurück ich mein die kommt main stairs fangen wir da noch eine kamera ist mir leise ne ist da kein okay ich hab das gefühl dass wenn mehr kids irgendwo ist ich seh sie nicht vielleicht macht jetzt auch einfach nur kd fail ich triggere sie voll warte das ist ein kitchen das ist ein kitchen man ich hab die folge schönes ding schön der runde geworfen hoffentlich sieht man es auch ja guck mich ah ne man sieht es denn so muss das aussehen in zukunft jungs so muss es aussehen schön gespielt oregon dankeschön dass ihr mein herz doch nicht ganz steh ich denn das hat also liebe zuschauer erstmal like dalassen wunderschön sick mit einer makellosen runde und ich bedanke mich fürs zuschauen ich würde mich sehr freuen wenn ihr am freitag wieder einschaltet da bin ich wieder als caster unterwegs in zukunft als privater caster für einen clan werde ich eingesetzt ja erfahrt ihr auch noch mehr zu am freitag ansonsten wünsche ich euch einen schönen abend noch und bis dann 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 ich k w w w w w Vielen Dank.